Letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Wollen wir dann den Gang durch die Jahrhunderte machen beim Römmung ist Islam? Können wir gerne machen. Gut. Dann legen wir mal einen Gang ein hier. Einen Gang, ja. Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es geht ja immer darum, was ist der Islam? Wir sollen uns mit dem Islam auseinandersetzen, weil wir ja das auch ernst nehmen wollen, was die Leute glauben. Was ein großer Anteil ist, also der Islam ist ja quasi, beruht auf drei wichtigen Werten. Das ist der Koran, das ist die Biografie von Mohammed und die Haditen. Das heißt, eines von den drei Werken hat einen geschichtlichen Bezug, weil es eben die Biografie von Mohammed ist und es ist auch ein Ziel, das eben nachzuzeichnen, was Mohammed gemacht hat. Wir hatten schon einmal einen Beitrag, wo wir die Historizität von Mohammed angezweifelt haben. Viele von den Quellen kamen von einem gewissen Robert Spencer, der dummerweise sich als Evangelikaler vortut. Und er ist auch der Betreiber von Islam Peace of Religion oder Islam Jihad Watch. Wird wahrscheinlich eher Religion of Peace heißen, als Peace of Religion. Genau, wo er versucht, ich meine, er versucht zu dokumentieren, welche Tote durch den Islam passieren wird, als Islamophob im Allgemeinen dargestellt. Ich meine, das kann jeder sich überleben, ob er das ist oder nicht. Und deswegen habe ich auch schon Kritik gehört zu dieser Ausgabe, warum wir hier die Chesen von Islamophoben Evangelikalen wiedergeben. Wobei meiner Ansicht nach eigentlich das Argument zählen sollte und nicht der Überbringer des Arguments. Also habe ich angefangen, mir mal das auch kritisch zu überlegen, was wir damals vorgestellt haben und was haben wir jetzt als Islam und was haben wir bekommen. Und ich bin jetzt dann einfach mal durch die Jahrhunderte durchgegangen und habe versucht herauszufinden, was wissen wir, wann ist es aufgeschrieben worden und welche Entwicklungsströmungen hat es gegeben. Und das versuche ich mal hier kurz anzureißen, was es gegeben ist. Und ich muss gleich sagen, es ist eine sehr, sehr lange Entwicklung. Schließlich reden wir von 600 bis 2000. Das ist alles, was passiert ist. Und ich fange jetzt gleich mal an mit 600. Vor Mohammed gab es diesen im Nahen Osten. Also es ist so, dass wir jetzt reden wir erstmal über die arabische Halbinsel. Und da haben sich arabische Stämme gelebt. Die hatten keinen, sozusagen ordentlichen, die hatten keine Historiker, die hatten keinen Eintrag in der Geschichte. Die waren eigentlich nur bekannt dafür, dass sie immer ab und zu irgendwelche Leute überfallen haben. Das ist sozusagen so, als Räuber waren die bekannt. Und was man dann von den externen Quellen hört, dann in der frühen arabischen Expansion, die eben mit dem, es gab eine Schlacht zwischen Heraklion, zwischen Byzanz und dem Perserreich. Und da wurde das Perserreich zurückgedrängt. Aber aufgrund der internen Schwierigkeiten im byzantinischen Reich und auch Grenzkonflikte an anderen Stellen, haben die Byzantiner letztendlich die arabische Halbinsel nicht in Besitz genommen, die jetzt dann plötzlich offen lag. 620 war das ungefähr. Und das hat dazu geführt, dass dort die arabischen Stämme eben quasi ohne Herrschaft dastanden. Die waren eben vorher im Perserreich, haben dort auch ein bisschen Unruhe geschaffen, aber die konnten dann plötzlich quasi frei agieren. Jetzt ist das Dumme, dass die damals eben dieser arabischen Stämme keine Geschichtsschreibung gemacht haben. Wir wissen nicht wirklich von ihnen selbst, was dort passiert ist, also aus der Zeit. Sondern es gab Geschichtsschreiber, die später gekommen sind. Und wir müssen schauen, was die dann für Motivation haben und was sie geschrieben haben. Die christlichen und die anderen Geschichtsschreiber, ich habe dafür extra mir ein Werk gekauft, was die anderen schreiben im Islam. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe es mal die frühen Sachen mal angeschaut. Die haben die hauptsächlich als Plünder, Räuber und besoffene Kirchenschänder erlebt. Das heißt, die frühe arabische Expansion war nicht ein geordneter Feldzug eines Herrschers, sondern das war so, man könnte es eher mit den Wikingerüberfällen in Großbritannien vergleichen. Da gab es eine unkoordinierte Aktion von Plünderern, die auch sehr inhomogen waren, heterogen, wo sich dann eben halt auch noch andere Stämme angeschlossen haben. Und die haben dann Städte überfallen, die haben Gebiete erobert, um dann zu plündern und Sachen rauszunehmen und zu verwüsten. Das übliche Geschäft. Das, was man halt so macht als Räuber und Plünder. So wurden die wahrgenommen und sie wurden im Allgemeinen als gottlos beschimpft von Christen. Also die haben sich nicht lange aufgehalten, die haben sich auch nicht verstanden, worum es geht. Und es gibt eine Beschreibung, die erste Beschreibung von Mohammed, und das war von Sebeus geschrieben. Und der hat dann die Gefährten Mohammeds beschrieben, wobei Mohammed dann eigentlich nicht vorkommt. Also der Name Mohammed kommt dann auch nicht weiter vor. Und dass die eine nicht ganz richtige Darstellung der Muslime hatten, das lag zum Beispiel daran, dass sie diesen Kampfruf Al-Uakbar haben, die missverstanden als das eine Anbetung eines Steins, weil es so eine Fehlübersetzung gab. Also die beten ja den Stein an, den Stein kochbar. Und das war eine Fehlübersetzung von dem Schlachtruf wahrscheinlich. Und die haben gar keinen Stein angebetet. Also die Christen hatten keinen Einblick in das Gedankengebäude der frühen Araber-Stämme, die diese Expansion vorangetrieben haben. Das heißt, wir wissen über das Ideengebäude, dieser von externen Quellen nichts und von internen Quellen wissen wir das erst. Ibn Ishaq hat erst 100 Jahre später oder 150 Jahre später angefangen, das aufzuschreiben. Und dann noch aus anderen Gründen. Also ich gehe mal davon aus, dass damals eben diese Araber-Stämme diese Überfälle getätigt haben. Und es gibt eine Persönlichkeit, die möglicherweise geschichtlich sind, die eben diese angeführt haben. Und davon, was halt klar ist, was ganz wichtig war, war eine Ableitung von bestimmten persönlichen Persönlichkeiten, wie Abu Bakr zum Beispiel oder Uthman, an die diese Überfälle gemacht haben. Und ziemlich früh, 650 oder so, 661, gab es schon die ersten innerarabischen Konflikte, wo dann ein Araber stand, den anderen den eben quasi überfallen hat. Es gab auch sozusagen Attentate auf andere Araber. Also wie, man kann sich überlegen, wie so Räuberbanden untereinander eben kommunizieren. Das heißt, der Recht ist stärkeren und dann wird halt auch mal ein Anschlag gemacht auf die anderen. Und so, das ist das gelaufen, was da gewesen ist. Dann irgendwann hat sich dann noch eine Herrschaft etabliert. Das war eben auch nach dem Ersten Bürgerkrieg, also erste Fitna. Und das waren die Umayyaden, die dann die Hauptstadt in Damaskus gelegt haben. Das heißt, ziemlich früh sind die auch drüber gegangen, die geoberten Städte dann zu behalten und dann halt eine Steuer auf alle zu erheben. Hinterher wurde es dargestellt, dass es eine Steuer ist auf die Nicht-Muslime, aber die haben ja gar nicht davon gesprochen, was Muslim ist oder nicht. In diesem frühen Status gab es diesen ganzen nicht. Jetzt geht der Spencer dazu über und sagt, oh, das waren keine Muslime, das waren alles frühe Christen. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Ich würde sogar sagen, wir würden mich rausziehen, dass im frühen Status Religion egal war. Es ging um die Cashkohle und sich zu bereichern und halt das voranzutreiben. Und das war so ein zusammengewürfelter Hauptnachdruck, da gibt es was zu holen. Jetzt holen wir das. Die Byzantiner haben das quasi selbst überlassen. Und dann als Ergebnis gab es dann sozusagen doch eine Festigung, und dann die Umayyaden waren dann die ersten noch arabischstämmige Herrscher, die aus diesem ersten Bürgerkrieg hervorgegangen sind. Und in diesem ersten Bürgerkrieg haben sich auch schon diese verschiedene Strömungen der Schiiten und der Charitschiten und der Suniten quasi abgespaltet. Man kann also vorstellen, so 650, 660 gab es eine Aufspaltung in drei Stämme. Suniten, Schiiten und Charitschiten. Wir wissen nicht, was sie damals geglaubt haben oder so. Das wurde dann später beschrieben erst, aber in dem Zeitpunkt gab es so eine Aufstammung. Und die Aufstammung wurde durch Ahnentafeln dann auch gezeigt. Das heißt, der stammt von dem ab und der stammt von dem ab. Und es gab im Übrigen keine von Mohammed, der sozusagen geschichtlich irgendwo gelebt worden ist, aber von außen nur in diesem einen Zitat wahrgenommen worden ist, dass sozusagen die Kämpfer von Mohammed waren, der dummerweise dann nach der Geschichtsschreibung von eigentlich schon tot war, gab es keine direkten Nachfolger von Mohammed. Der hatte nur totgeborene Söhne und drei Töchter. Das waren Aisha, Fatima und noch einer, der nahm ich mir irgendwie komplizierteren Namen. Und die waren dann natürlich auch glücklicherweise aufheiratet mit den Hauptlinien, die sich dann abgespalten haben. Das heißt, die haben sich quasi in die Mohammed-Linie eingeheiratet, der selbst keine Nachkommen hatte. Was ein bisschen komisch aussieht, dass er, er hatte ja mehrere Ehen gehabt, mehr als ihm eigentlich zugestanden hätte nach der üblichen Tradition und dennoch keinen männlichen Nachfolger in die Welt gesetzt. Und noch nicht mehr Nachfolger, die irgendwann hingemorchelt worden sind. Also das ist irgendwie fischig. Dann hatten wir also die Umayaden, die in Damaskus dann quasi das Reich gebracht haben. Und diese Umayaden-Vorgänger, die haben angefangen, das Ganze zu festigen. Es gibt auch im 7. Jahrhundert, gab es schon frühe Münzen, die sie geprägt haben. Und quasi, das waren so Nachprägungen von byzantinischen Münzen oder von persischen Münzen, wo sie beim persischen München ein Feueraltar mit übernommen haben. Und bei den byzantinischen Münzen das Kreuz einfach geändert haben in einfach so einem Pfahl. Ansonsten haben die einfach kopiert. Man kann sich überlegen, die ganze Kultur war irgendwo kopiert. Ziemlich früh haben die auch diese Moschee, diese Moschee, die große Moschee gebaut, die übrigens sehr, sehr teuer war. Also es war richtig im Prachtbeute. Da hat drei Jahre Bruttosozialprodukt von Ägypten damals gekostet. Habe ich irgendwo gelesen. Wo ist denn diese große Moschee? Gibt es die noch? Ja, ja, das sind die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Und die haben sie sehr früh gebaut und offensichtlich mit geklauter Kohle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die quasi direkt dann aus den, die haben dann diese arabische Schrift draufgeschrieben, die man so oder so interpretieren kann als ein Gott, Glaube. Und Mohammed kann man interpretieren, dass es eben auf den Propheten bezieht oder eben als, kann man auch so erzählen, dass es quasi Jesus damit meint. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Aber das ist sozusagen das erste und einzige Glaubensbekenntnis, das man erhalten hat von der Zeit. Ansonsten findet man auf den Münzen, auf den Frühmünzen höchstens, dass Gott irgendwelche Bezüge auf Allah, was einfach nur das Wort für Gott ist. Nun, was haben die geklappt? Es gab noch im 9. Jahrhundert, gab es noch Araberstämme, die christlich waren. Es gab wohl auf der arabischen Halbinsel jede Menge jüdische Missionare und christliche Missionare, die rausgegangen sind und wohl den einen oder anderen Stamm eben überzeugt haben. Dass da diese christlichen jüdischen Religionen bekannt war und vorhanden war, davon kann man ausgehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Mohammed das wirklich vom Engel Gabriel in seine Höhle bekommen hat, diese Information, sondern das war schon alles vorhanden. Dabei ist es nicht klar, was sie geglaubt haben. Und ich sage einfach mal, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nicht drüber spekulieren. Also die Umayyaden waren also die ersten, die diese Kalifen installiert haben. Die anderen Stämme wurden dann halt irgendwie schon, mussten sich quasi beugen und die gab es dann immer noch. Und dann gab es einen Umbruch und zwar war das, das war 749, da war die Schlacht von Wadi Sab. Und das war interessant, also 100 Jahre später haben dann die Verbündeten von diesen arabischen Stämmen rebelliert. Und es war ein Putsch, die haben die Macht übernommen von Umayyaden, die noch quasi die arabischen Stämme haben, die sich irgendwo auf Bewandtschaft von Mohammed bezogen haben, halt mit diesen Ehen und so weiter. Und das waren die ersten Muslime in der Ahnen-Generilli hatten. Und da haben die Abbasiden den Laden übernommen. Und die Abbasiden, die hatten völlig willkürliche, es waren irgendwelche Stämme, die gar nicht arabisch waren. Und die haben dann auch die Hauptstadt nach Bagdad verlegt und haben den Laden übernommen. Und seitdem haben wir einen Kalif von Bagdad. Und die Umayyaden wurden dann rausgeworfen. Die meisten wurden ermordet und gemäuchelt, aber die haben sich noch zurückgezogen in die spanische Halbinsel. Und der Aufstand war in Kombination mit den Schiiten, das heißt, ein arabischer Stamm gegen den anderen arabischen Stamm mit diesen neuen Abbasiden, die irgendwelche, wahrscheinlich Nachfolger von irgendwelchen anderen türkischen Stämmen oder sonst weiter waren. Und das war schon nicht falsch, aber eben ein Stamm, der nicht arabischer Herkunft ist. Und die, zehn Jahre später wurden die Schiiten dann rausgeworfen und die konnten sich dann gerade noch in Marokko was halten. Das heißt, wir hatten, Spanien waren dann Sunniten, die Idrisiden, das waren sozusagen die frühen Schiiten, die waren in Marokko. Und dann waren die Abbasiden. Und die Abbasiden hatten jetzt keinen Stammbaum mehr. Und damit hat sich die Notwendigkeit ergeben, deren Herrschaft zu legitimieren. Und Ibn Ishaq hat jetzt zur Zeit der Abbasiden geschrieben. Und da gab es dann so berühmte Herrscher wie Harun al-Raschid, Tausende eine Nacht, und die haben dann angefangen, Kultur aufzubauen. Das war vorher nicht der Fall. Es wurde zwar gesagt, dass der Koran da schon zum ersten Mal von Uttman 100 Jahre früher dann verteilt worden ist, aber richtige Dokumente hat man erst im 8. Jahrhundert gefunden, die ersten Hadithen auf Papyrus. Und im 8. Jahrhundert, also über 100 Jahre später, gab es denn die ersten Dokumente. Und die ganzen Geschichtsschreiber, die haben dann bei den Abbasiden geschrieben, die sich halt jetzt plötzlich als Islam bestehen, im Sinne nicht als Araber, sondern dann gab es plötzlich die islamische Religion. Und es reicht, wenn man Muslim ist, man musste eben nicht nur in einer Ahnt-Ganerie irgendwie mit Mohammed Verwandtschaft gewesen sein oder mit Abu Bakr oder wie die alle heißen. Ist das so zu verstehen, dass der Islam vorher so eine Art Stammesglaube war und dann da universell wurde? Wir wissen es nicht. Die haben eben nicht darüber geschrieben. Das war nämlich wichtig. Ob missioniert wurde, ist überhaupt nicht klar. Die arabischen Stämme haben sich quasi sozusagen in der Ahnt-Ganerie verstanden. Aber alles, was geschrieben worden ist, kommt eben aus der Zeit der Abbasiden erst. Vor allem, selbst wenn die missioniert haben und dann kamen die da mit ihrem Indizienbeweis rum, dann wird die Missionierung wahrscheinlich nicht sehr effektiv gewesen sein. Ich denke mal, das war dann eben halt auch sehr gewalttätig. Also die wollten ja quasi sagen, dass sie in dieser Linie waren von dieser ersten arabischen Expansion. Aber sie waren ja keine Araber. Wie konnten sie ihre Herrschaft legitimieren? Also sie mussten irgendwie zeigen, dass sie den ganzen Laden übernehmen. Der ja schon 100 Jahre hatten die ja quasi schon ihr System von Kalifen da installiert und die wollten den Laden halt übernehmen. das Franchise übernehmen, aber sie waren halt keine geborene Heinz von Ketchup oder keine geborenen McDonalds. Und deswegen sagen, es geht um die Idee dahinter. Jetzt kann man sich fragen, jetzt haben wir ja in diesen Schriften, jetzt haben die in diesen Schriften gibt es ja immer Bezüge, dass Christen und Juden. Und jetzt könnte man eigentlich davon ausgehen, dass wieso sind die Juden, spielen so eine Rolle in diesem Bereich? Also warum ist es so wichtig, dass man gegen Juden und gegen die Christen hetzt und so weiter? Also gegen Christen kann man verstehen, die Byzantiner, die waren ja noch bis zum 15. Jahrhundert aus. Das waren wir ja auch. Aber warum sind die Juden so wichtig? Und dann habe ich gesehen, dass die Abbasinen und die Umayyaden Schwierigkeiten hatten, nach Norden zu expandieren. Das heißt, am Schwarzen Meer vorbei, über kleinen Asien. Und da saßen die Chasaren. Ein Stamm, von dem ich vorher nichts gehört hatte, bevor ich hier recherchiert habe. Und die Chasaren waren quasi ein Türkvolk, das jüdischen Glauben angenommen hat. Das heißt, Entschuldigung, du erwähntest vorhin auch schon jüdische und christliche Missionare. Ja. Es gab also eine Zeit, in der die Juden auch missioniert haben. Heute wird das Judentum ja nicht mehr als missionarische Religion wahrgenommen. Und ich frage mich ja auch, welches Incentive besteht, sich dem anzuschließen. Aber damals haben die Leute konvertiert. Die haben jede Menge konvertiert. In der Antike war das bekannt, dass die Juden konvertiert haben im gesamten Mittelmeerraum. Und das wurde denen ja auch explizit verboten von irgendwelchen Kaisern. Das heißt, die jüdische Missionierung ging genauso wie die christliche Missionierung im Konkurrenzbetrieb. Und die hatten halt diese Chasaren-Königsfamilie da oder diese Chasaren-Herrschaftsfamilie, die irgendwo aus dem Osten der Steppe gekommen ist. Die haben wahrscheinlich irgendjemand missioniert, vielleicht irgendeine Königsmutter, die dann halt die Kinder indoktriniert hat und so weiter, das Übliche. Und die waren von 650 bis 950 ungefähr. Gab es dieses Chassaische Reich, das war nicht klein. Die Krim gehörte dazu und nicht in so eine richtige Größe. Also vergleichbar mit geschätzt Größe Frankreich noch ein bisschen mehr. Also recht groß eigentlich. Und die haben die haben dann quasi, ob die jetzt in ihrem Herrschaftsbereich die Untertanen missioniert waren, das ist heutzutage umstritten. Aber dass die das Herrscher jüdisch waren, das ist klar. Und jetzt ist klar, jetzt waren die, nach Norden haben die sich jetzt gekeilt mit den Umayyaden und dann später den Abbasiden und das waren dann die Juden. Kann man sich vorstellen, dass die da nicht gut wegkamen im Koran, der dann zu der Zeit aufgeschrieben worden ist oder zumindestens gefestigt worden ist und auch nicht in den Haditen und auch nicht in der Biografie von Mohammed, der ja von einer jüdischen Sklavin vergiftet worden ist am Schluss. Also das war letztendlich vielleicht eine Internisierung und hinterher hat ja keiner mehr gekannt von den Khazanen, weil die wurden dann von den Grim-Russen dann übernommen als deren Reich und danach spielten die auch keine Rolle mehr dann sozusagen politisch gesehen die Juden dann in dem Bereich. Es gab dann kein Aufblühen nochmal, sondern die waren dann halt alle im Untergrund oder die haben als kleine Gemeinden dann irgendwo weitergelebt, wie so vieles auch ist. Man muss es auch so verstehen, der Islam, der kann eben sehr gut, also der Islam damals, der konnte sehr gut damit leben, dass andere Sachen glauben. Wichtig war, dass die Kohle stimmt und dass sie, wer den Herrscher spielt. Die haben damals nicht so ein absolutistisches Weltbild gehabt, denen ging es eigentlich am Anfang um die Kohle und dann später mit den Abbasiden haben die das dann gefechtigt und haben das dann eben doch auch radikalisiert. Anfang des 9. Jahrhundert kam noch eine neue Strömung auf, das war der Sufismus, das ist so ein mönchischer Glaube, der übrigens Sufismus gibt es als bei den Schiiten und Sunniten, das waren also Mönche, die da sozusagen im Kloster gelebt haben, das war ja kein Kloster, aber die dann quasi sich verinnerlicht haben und den inneren Islam, den inneren Mohammed versucht haben zu finden. Das ist also ein anderer Zugang zum Glauben, das sehen wir ja auch bei den Mönchen oder den Eremiten im christlichen oder im jüdischen Glauben. Ich meine, dass ich den Sufismus mit diesem tanzenden Dervischen verbinde. Weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist auch so ein Geisterglaube und man könnte sagen, mit Spiritualität kann man es vergleichen. Und der Sufismus, der hat eigentlich nur kurz mal vielleicht im 13. oder Anfang 14. Jahrhundert im Nordiran dann irgendwo dann auch ein Reich gehabt, aber die waren eben auch nicht politisch von Entscheidung. Nennt man das Sophisticated Islam? Quasi, ne? Weiß nicht, ob Sophisticated ist und so weiter. Jetzt also, die Abbasiden, die waren ziemlich lang, hatten sie zu sagen, obwohl die zwischendurch im Iran rück hatten, kamen dann die, die irgendwelche andere zwischendurch, die Buiden zum Beispiel, das waren dann wieder Schiiten, die hatten im Iran, Irak und Syrien und Arabien dann wieder die Herrschaft, aber unterstanden dann formal den Abbasiden und dann kamen dann die Seltschuken, das sind dann auch welche, die hatten Türkei und Persien, das war dann schon im 11. Jahrhundert und in Usbekistan hatten wir die vom 9. Jahrhundert bis zum 11. Jahrhundert die Samaniden und in Afghanistan die Gasvaniden und dann gab es auch noch ein Sultanat von Delhi im 14. Jahrhundert, das heißt, wir haben so ganz viele Strömungen und Herrschaftsbereiche, die sich auch letztstellenweise konkurriert haben. Man kann nicht von einem monolithischen Islam reden, sondern das sind immer so Herrschaftsbereiche, die 300 Jahre lang halten, wo eine Herrscher-Dynastie da ist, bis das genetische Roulette dann einfach mal schlecht ausgeht und ein Herrscher dann Scheiße baut, wie das so üblich ist, wenn man sich darauf beruht. Und die Abbasiden, die haben quasi sehr lange formal bis zum 14. Jahrhundert existiert, man kann es vergleichen mit dem byzantinischen Reich, aber die hatten dann auch quasi nur noch den Kalifen und dann auch nur noch die geistige Hochheit und dann kamen halt die Mongolen, sehr interessant, die Mongolen hatten im 13. Jahrhundert bis Mitte des 14. Jahrhundert sind die eingefallen und kamen bis nach Jerusalem. Da haben die dann aber eine Schlacht verloren gegen die Mameluken aus Ägypten. Mameluken ist auch schon wieder nicht arabisch, noch nicht mal apasidisch, sondern auch wieder so ein Nachfahren von so einem Stamm und dort mussten die dann einen kleinen Ball geben, aber die hatten dann noch Herrscher in Persien installiert und einer war besonders interessant, der hat, ich weiß nicht, ob es Ojeti war, Ojeti war, also wir reden jetzt über den 13. Jahrhundert, die hat zuerst experimentiert mit Buddhismus, dann mit Christentum und dann ist er Muslim geworden und hat dann halt als den Stamm der Ilchan dann auch noch 30 Jahre lang die islamische Herrschaft in den Persien aufrechterhalten, als Mongole. der auch so einen durchgewechselt hat. Das wurde, die wurden dann abgelöst von den Seltschuken, die waren dann doch stärker und die gingen dann über in das Osmanische Reich, das angefangen hat im 15. Jahrhundert, das aber in Türkei, Ägypten, Irak, Jemen unterwegs war, allzu sunnitischer Islam, aber wie gesagt, jetzt nur noch religiös, nicht mehr von der Abstammung, wobei die Osmanen haben, die sich natürlich Abschwung bis auf Uthman zurückgezogen, also sie haben gesagt, die stammen von diesem 7. Jahrhundert, Osman ab, der Koran angeblich kanonisiert hat. Und in der Zwischenzeit gab es in Mekkan Minida die Hassaniden, das waren Imaniten, und die Imaniten sind Schiiten, die haben dort die Stellung gehalten. Und die Safaviden in Persien, wir sind im 16. Jahrhundert jetzt, und kommen dann so langsam, also das Osmanische Reich ging ja bis ins 20. Jahrhundert, bis wir krank waren vom Bosporus, das ist genau der. Und im 18. Jahrhundert kamen dann plötzlich die Wahhabiden und haben Druck gemacht auf die arabische Halbinsel. Wahhabiden waren Extremgläubige, die sozusagen eine religiöse Revolution machen, und die Wahhabiden haben heute noch Saudi-Arabien, aus denen haben sich die Salafiten, die kann man als Teilgruppe sehen, also das sind sozusagen die Salafisten, wie wir sie heute kennen. Diese Wahhabiden gehen zurück auf Muhammad ibn Abdel al-Wahhab, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, war ein ein wahrhaft gläubiger Muslim, der das eben diese quasi diese Generation von Gläubigkeit angeregt hat. Die waren dann Araben, ich meine, ich denke mal, die haben dann auch eine Rolle gespielt im Ersten Weltkrieg. Ich sage nur Lawrence von Arabien. Währenddessen, 19. Jahrhundert, war ein interessantes Zeitraum, 19. Jahrhundert gab es zwei, im 19. Jahrhundert war ja auch so dieses Zeitraum von den religiösen Spinner im Christentum, die dann kamen, oh, ich bin der Prophet und so weiter. Und da gab es dann zwei, das gab den Mirsa Ghulam Ahmad, der hat sich für den Messias gehalten, hat plötzlich herausgefunden, ah, nicht Messias, sondern der Machti, bin der wiedergekommene Prophet und hat gesagt, okay, Christentum, Islam ist das, kein Widerspruch, kann man das vereinbaren. Der hat die Ahmadiyya gegründet, die sind so abgefahren, dass man die viele Muslime, die er nicht als Muslime bezeichnet, Mitmuslime, die habe ich neulich letztes Jahr in der, in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach gesehen, die dann halt hier Prospekte verteilt haben, war auch anders dafür, ich wollte wissen, was sind das für welche? Sehen die sich denn selber als Muslime? Die sehen sich ja natürlich, die sind, die sind die Supermuslime, alle sind die, sehen sich als die einzig wahren Muslime, das ist sozusagen etwas, was die... Aber die anderen Muslime betrachten die überhaupt nicht als wahre Muslime, also nicht mal als unwahre Muslime. Weil dieser Mirza Ghulam Ahmad war halt schon ein ziemlich abgedrehter Prediger, ne? Der hat gewusst, dass er jetzt hier der, die sozusagen den Islam zum Abschluss findet und das überhaupt kein Widerspruch gibt, dass der verheißene Messias, der von den Muslimen erwartete, macht die die Endzeit und er hat dann so Sachen rausgefunden, wie, dass Jesus seine Kreuzung überlebt hatte, nach innen ausgewandert ist und später in Srinagar, Kaschmir, eines natürlichen Todes gestorben sei. Das waren so Botschaften. Ich komme mir so ein bisschen vor wie der Jakob Lor war, der Islam. Ja. Und das war, das war quasi einer von den, der hat dann die, die Ahameter, die, die, die Gips, die wurden dann auch natürlich, wie sich es gehört, verfolgt dann von den anderen Muslimen und das andere war Baha Ullah, das war, oder Baha Allah, übersetzt Glanz Gottes, das war auch so ein, so ein Prediger, der dann im, der war noch im 19. Jahrhundert unterwegs und der wurde der, quasi der Gründer der Bahá'í. Das sind also auch eine muslimische Sekte, kann man sagen. Aha. Von denen, Entschuldigung, von denen hatte ich doch erwähnt, ich war doch bei dieser Veranstaltung gewesen, mit Bischof Meister und da war auch einer von der Bahá'í und das ist ja eine relativ neue Religion, ich glaube, das ist 18. Jahrhundert noch was gegründet worden und ich hatte ja den Eindruck, dass so eine Esperanto-Religion die viele widersprüchliche Sachen irgendwie vereinigt und dann haben die einen islamischen Hintergrund. Ja gut, macht insofern Sinn, als der Islam ja sowieso sehr stark vom Judentum und vom Christentum gespeist ist sozusagen. Ja, ich meine, die hatten jetzt, das sind zwei Strömungen, die hatten jetzt auch kein Reich oder so, wo sie es dann weitergeben konnten oder so. Das Schahreich in Iran, das hatte ja die, das waren Allerwitten und die Allerwitten sind Schiiten, die stammen, ja, da weiß man nicht so her, wo die jetzt richtig herkommen, aber die gerechnet man zu den Imaniten und die Imaniten, die haben sich als Haseniten dann irgendwann im siebten Jahrhundert abgespannt, weil Hussein bei irgendeinem Plünderzug da von einem anderen, von den Sunniten dann erschlagen worden ist, aber damals war das sicherlich keine religiöse Grunde, sondern einfach Habgier, aber das wurde dann quasi als Verrat dann instrumentiert. Das heißt, die machen Sachen, die machen jetzt hier Tagespolitik auf irgendwelchen Plünderaktionen vom siebten Jahrhundert, die überhaupt geschichtlich sind, außerorts hat es keiner hingeschrieben, es können auch alles einfach nur Geschichten sein, die man sich im Lagerfeuer erzählt hat. In dem Zusammenhang gibt es ja auch die Saedeten, auch eine schiitische Herrscherfolge, die in Irak sich breitgemacht hat und dann, wo sich dann im Iran dann halt auch welche als Abstammung davon sehen, obwohl dann über mehrere Jahrhunderte da kein, keine richtiger Track zu folgen ist, dass sie dann zusammengehören sind. Also, das sozusagen zurückblickend könnte man sagen, dass das meiste, was wir jetzt eben heute dastehen, sind halt, die definieren sich über Geschichte und über, über ein, ein Glauben, der, der erstmal auf, irgendwo im Kern, ich sehe eben im Kern dieses Abstammungsdenken, das zeigt mir, das scheint mir sehr stark zu sein, dass wer, von wem abstammt, wer der erste Muslim war und so weiter, das scheint diesen arabischen Kern, dieses Abstammungs- dieses Clan-Verhältnis sehr stark wiederzuspiegeln, aber dann gehen die davon ab und haben diesen Bruch, dass es reicht, eben dem Allah anzuerkennen und das erscheint mir so eine Art Religion für Leute zu sein, die eben nicht Araber sind, aber sich dennoch den die Herrschaft dann aneignen können und zur Gesellschaft zugehören können, dieses Umfassende, ich meine, wenn du damals im siebten Jahrhundert von irgendwelchen Arabern erobert worden bist, dann warst du eigentlich froh, dass du dir eine Steuer gezahlt hast und dich am Leben gehalten hast und dass dein Haus nicht mehr als notwendig geplündert worden ist und deine Familie nicht mehr als, und deine Familie und Vieh nicht mehr als notwendig vergewaltigt worden ist. Später haben dann eben, sozusagen, die arabischen Verbündeten auch mal geputscht und haben sich die Macht angerissen, die haben, das war der Moment, wo das eben notwendig war, ein Glaubensgebäude zu bauen, das eben sich nicht mehr auf arabischen Abstammungswurzeln dann bezieht. Dennoch haben die das nicht richtig rausgekriegt aus dem Ganzen, weil es war halt, die mussten sie noch irgendwie drin haben, dieses Ganze, und ich denke mal, in diesem Transformationsprozess gab es irgendwann einmal diesen Bruch, dass sie gesagt haben, okay, wir transformieren vielleicht dann irgendwelche Geschichten in die Vergangenheit und erzählen, dass Mohammed auf dem geflügeln Pferd von Mekka nach Medina geflogen ist. Interessant fand ich auch, dass die Lebensgeschichte von Mohammed viele Parallelen hatte mit dem, was man über Abu Bakr erzählt und Uttman. Das sind also, Abu Bakr hat auch Medina belagert, Uttman hat das auch gemacht, das sind so, ich meine, das ist eigentlich unvorstellbar, dass man so eine heilige Stadt da in der Mekka belagert, dass man so eine heilige Stadt belagert und es ist auch so, dass viele in Mekka geboren worden sind und dann nach Medina gezogen sind. Das gehörte einfach zum Lebenslauf dazu, dass wenn man jetzt in Damaskus irgendwie Herrscher war, dass man in Medina geboren worden ist, das war damals sozusagen Standardlebenslauf. Ob das jetzt gestimmt hat, oder ob das hinzu erfunden worden ist. Ob das Fake News waren? Ja, weiß man nicht. Ich meine, das war, der Umgang mit Wahrheit war vielleicht damals noch sehr, sehr flexibel. Und das ist halt, das Dumme ist halt, wir wissen alles, was wir wissen, wissen wir von im Wesentlichen aus dem 9. Jahrhundert, die dann Quellen zitieren im 8. Jahrhundert. Also Al-Balatura, Ad-Tabari sind diejenigen, die die Geschichte des Islams aufgeschrieben haben und das Ganze und das Ganze war eben halt mal 200 Jahre, nachdem es passiert ist und die zitieren Quellen, die 100 Jahre alt waren, aber wie, weiß man eben auch nicht und man kann in der Quellen suchen und dann versuchen, okay, wo überlappt sich das, wo das, was anderes zu tun. Also diese Quellenlage ist eben sehr unglücklich, vor allem, weil es, man kann davon ausgehen, dass sie sehr starke politische Ansichten hatten, dass sie eben, es ging um Rechtfertigung, das Schercherhaus und den richtigen Islam zu definieren. Das ist das, was man eben da machen wollte und das, dummerweise, spielt das jetzt aber für die heutige Zeit eine sehr große Rolle, weil halt die, die Idee existiert, dass damals, dass die Herrschaft perfekt war, die Regeln perfekt waren und Mohammed ein perfektes Leben geführt hat und man nur diese Regeln jetzt nehmen sollte, um sie politisch umzusetzen. Ich meine, das ist sozusagen eine grundlegende Idee, die hinter dem Islam steht und wenn jemand den Islam wortwörtlich verfolgt, dann versucht er sich letztendlich eben in dieses 9. Jahrhundert zurückzugeben, wo dann halt die, auch die ganzen Rechtsschulen, es gibt ja noch verschiedene Rechtsschulen, die sind irgendwo im 8. und 9. Jahrhundert, sind die alle gewesen und dann begeben wir uns zurück auf ein Zeitalter des frühen Mittelalters, wenn es um die Rechtsnormen geht. Und jetzt gibt es natürlich, es gibt heutzutage eben ganz viele Muslime, die meisten ist es ja, vielleicht haben die meisten sich quasi auch als ehemalige Abkömmlinge des Osmanischen Reiches, wo ja unter den Türken das Kalifat abgeschaffen worden ist, das ist ja, und das säkularisiert worden ist, ganz drastisch, haben die die Wurzeln eigentlich auch schon wieder in der nächsten Stufe verloren und sind jetzt in der Rückbesinnung und wollen erstmal rausfinden, was ist denn der wahre Islam und kriegen das dann von Leuten gesagt, die gar nicht, die sozusagen deren Islam quasi nur ins 18. Jahrhundert zurückgeht, die Wahhabiten zum Beispiel. Die haben eine Vorstellung über den Islam, die eben aus dem 18. Jahrhundert, aus den Predigten von diesen eben Abdel al-Wahhab herkommen. Ich vermute mal, wenn wir, oder wenn du jetzt sagst, die kommen aus ein paar hundert Jahre später, dann ist das ja üblicherweise, das macht ja die katholische Kirche nicht anders, dass die das aber dann zumindest in ihrer Binnensicht so darstellen, als würden die direkt auf Mohammed zurückgehen, so wie die katholische Kirche ja behauptet, die gehen direkt auf die Apostel zurück. Genau. Sodass für den Gläubigen nicht mehr erkennbar ist, dass das praktisch der Zustand jetzt aus einer bestimmten Zeit ist und der sich aus bestimmten sozialen Rahmenbedingungen ergeben hat, sondern dass das aus der Binnensicht so aussieht, wir sind tatsächlich die wahre Religion, weil wir direkt vom großen Meister irgendwie abstammen. Genau. Das ist das, was sie machen, die rechtfertigen das Ganze religiös und es ist ja auch nicht klar, was die dann hinschreiben. Ich meine, ich weiß nicht, was es darum geben würde, die Umayyaden waren ja in Spanien bis ins 15. Jahrhundert und die hatten riesen Bibliotheken und da haben die auch wahrscheinlich auch Sachen über die anderen geschrieben, vielleicht waren da auch Sachen drin, die sehr, sehr entlarvend gewesen wären und dummerweise hat damals der Kardinal, der sich darum um diese Bibliothek gekümmert hat, diese Millionen von Schriften in einem drei Tage langen Feuer verbrannt. Zu Ehren dieser Aktion, das Beherrschung, wurde dann halt die Wahlfahrtskapelle in Santiago de Compostelo aufgebaut, die dann sozusagen das Ehren soll, dass wir diesen Informationsverlust haben. Ich stelle mir gerade den Papst so vor wie so ein James-Bond-Schurke, wie er so seine weiße Perser-Katze krault und diesem Kardinal sagt, kümmere dich um die Bibliothek. Ja, weil das ist, ich denke mal, das liegt einfach daran, dass sie davon ausgegangen ist, das ist alles teuflisch und so weiter. Ja, klar. Das ist nicht, das ging nicht darum, dass irgendwas, letztendlich wäre das vielleicht für die Muslime peinlich gewesen. Denn alles andere wurde ja quasi in diesen ganzen Herrschaften, die da hintereinander waren, wurde auch mehrfach gesäubert und je nachdem solch gebogen, wie man es haben wollte. Ich meine, eine Theorie, wenn man diese Robert-Spenser-Theorie des unhistorischen Mohameds mal Gegenargumente gegenüber setzen soll, ist das eben halt insofern überraschend, dass sich Sunniten und Schiiten, die sich so früh abgespalten haben, auf einen Koran einigen konnten. Das wäre eigentlich, wäre es genauso logisch oder vielleicht sogar logischer, dass die zwei verschiedene Korane gehabt hätten. Also was mir in den Sinn kam, ist, man hat ja in der, wenn wir jetzt von dem ausgehen, was uns noch mal etwas vertrauter ist, man hat ja in der Bibel, im Alten Testament häufig das Gefühl, dass bestimmte Geschichten dazu dienen, zu erklären, warum es bestimmte Völker gibt. Da gibt es doch dann Noas Söhne oder so, da gibt es doch so eine bekloppte Theorie, dass dann die dunkelhäutigen Menschen stammen alle von dem, wie heißt Sam oder sowas, oder vom anderen ab. Und in dem Moment, wo du sagtest, dass diese drei Stämme irgendwie alle von den drei Töchtern Mohameds abstammen, da dachte ich schon, oh oh, das riecht aber auch schon nach einer Geschichte, die hier sozusagen retrograd etwas Bestehendes erklären soll und dann vielleicht gar nicht so richtig wahr ist. Ja, es ist immer das Problem des Ahnkurs. Ich meine, Cäsar wurde auch zurückgeführt dann auf Troja. Das heißt, es werden da irgendwelche Geschichten dann erzählen, wer von wem abstammt. Das ist etwas, was in allen Herrscherhäufe in Häusern dann üblich ist. Also die, ich weiß nicht, bei Karl den Großen hatten die auch so eine Konstruktion gemacht, dass er auf Julius Cäsar zurückgeht. Aber da bin ich jetzt nicht so sicher. Aber das ist so, diese Ahntafel konstruieren, ist eines. Das Rückprojektieren ist das andere. Und wir sind jetzt hier im Zustand, dass wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht auch nicht rauskriegen, was jetzt da wirklich im frühen siebten Jahrhundert abgelaufen ist. Und man kann es auch andersrum sehen. Die Umayyaden haben sich und die Idrisiden haben sich damals ja letztendlich waren relativ ungebildete Stämme, die dann letztendlich dann vielleicht ihre Kultur dann von den Abbasiden importiert haben und sich dann eben im Laufe ihrer Herrschaft immer weiter kultiviert haben. Und dann haben sie das für bare Münze genommen, was die quasi über eine Galerie gesagt haben. Sie wussten quasi ihre eigene Abstammung und haben das dann quasi dann, es gab da einen regen Austausch von Büchern und Werken und ich kann mir vorstellen, dass sie dann halt das übernommen haben und nach einer Generation haben sie es auch geglaubt. Die erste Generation hat gesagt, ja, wir haben das Buch erst mal da, aber was da drin steht, ist eh Quatsch. Und dann die nächste Generation und ich so, guck mal, da ist schon interessante Sachen drin und so weiter. Und irgendwann wird das dann auch. Für mich war jedenfalls interessant, dass diese Frühperiode dann eben diese Abstammung hatte in drei Stämme, Sunniten, Shiiten und Charitschiten, die sich dann bis heute gehalten hat. Und dass die Abbasiden Sunniten waren, ist eigentlich nur Zufall. Weil die haben eigentlich keine richtige Abstammung und haben sich für irgendwas entschieden. Genauso wie dieser mongolische Khan da sich für einer von drei Religionen entschieden hat und die war dann zufällig der sunnitische Islam. Nachdem er Buddhismus und Christen durchprobiert hat und es ihm nicht zugesagt hat. Auch wenn wir mal schauen, Mecca und Medina, das waren auch abwechselnd mal Shiiten oder Sunniten. Wobei man sich nicht ganz klar ist, ob die Selbstzuordnung dann auch so richtig, sozusagen ob der Unterschied über die Zeit nicht größer gewesen wäre als das Unterschied zwischen den Glaubensrichtungen damals. Und das ist sehr, sehr verwirrend. Das ist sehr viel, was sich da getan hat. Also ich habe da, ich habe ein Riesendiagramm gemacht mit irgendwelchen Stämmen und so weiter, aus denen ich jetzt hier vorlese. Und es gab, es gab verschiedene Cuts, die dann, die dann gewesen sind. Also früher gab es die ganzen Rhein-Bürger-Kriege, dann interessanterweise haben die Kreuzzüge nicht so viel durcheinander gebracht, verglichen mit dem Überfall der Mongolen. Die Mongolen kamen im 13. Jahrhundert, die waren weitaus drastischer für den Islam als alles. Und die Kreuzzüge wollten ja auch nicht erobern in dem Sinne, wie vielleicht andere Feldzüge das wollen. Ja, die haben ja schon gewisse Eroberungserfolge gehabt, die eben vom Westen her waren. Aber ja, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwelche Mongolen rumreiten, die wollen ja dann tatsächlich das zusätzliche Gebiet einnehmen und vielleicht auch besiedeln oder zumindest ausbeuten. Während wenn die Kreuzfahrer jetzt dann nach Jerusalem fahren, das ist ja dann wirklich eher theologisch, als dass die jetzt da sagen, da gibt es jetzt irgendeinen Ort, der ist zwar scheißenweit weg, aber bis dahin wollen wir jetzt unbedingt unseren Machtbereich ausdehnen. Das war das, was ich meinte. Von daher wundert mich jetzt nicht, dass dann die Kreuzzüge da jetzt nicht so viel aufgehört oder verändert haben. Ja, also man hört ja immer von den Kreuzzügen, wie schlimm das war. Aber wenn man das sich anschaut, dass wir zum Beispiel völlig, ich habe nie davon gehört, von diesen Chazaren, die offensichtlich so einen Impact hatten auf den Islam, dass die Juden zum Buhmann aufgemacht worden sind und die später dann völlig vergessen worden sind. Ich meine, wenn nicht Chazaren vielleicht damals sich für den Buddhismus entschieden hätten, dann wären die die Buddhisten der große Buhmann. Ich meine, und die hätten dann auch die Darstellung gehaftet davon. Also man muss sich fragen, also vielleicht ist ja auch der christlich-jüdische Hass dann auch eine Rolle gespielt, er hat eine Rolle gespielt und das dann den Eintrag gefunden hat in diese heiligen Schriften. Ich stelle mir immer die Frage, wieso muss man denn Tod und Bösewicht aufbauen? Wieso sind die Mongolen nicht böse? Wieso, ich meine, wir haben alle gute Beziehungen mit der Mongolei und die haben in der Weltgeschichte, hatten die mongolischen Stämme so einen Impact und ja, dann kamen die Mongolen, so wie schlecht wetter. Oder die Wikinger, wir müssten auch den Wikinger noch ewig nachtragend sein für deren Überfälle und so weiter. Und das ist kein großes Thema, aber die arabische Expansion, die ist jetzt furchtbar, furchtbar schlimm und so weiter. Und mein Sohn hat mich ja gefragt, ich habe mich mit meinem Sohn unterhalten über Islamophobie. Und ich habe ihm gesagt, ich habe keine Angst vor dem Islam, weil Islam ist eigentlich nicht eine Überzeugung, die sie besonders überzeugend ist. Also wenn man sich das durchliest und dann ist man, man ist im Erwachsenenalter, dann wird man nicht automatisch konvertieren, wenn man einigermaßen mal Verstand ist. Und deswegen ist der Islam auch nicht gefährlich an sich. Es gibt vielleicht andere Vorstellungen, die dazu führen kann, die gefährlicher sind. Dass man, zum Beispiel Kommunismus, man liest irgendwelche kommunistischen Schriften und dann sagt, jetzt, die Arbeiter, ich muss jetzt den Kapitalismus überwinden. Insofern wäre Kommunismus eigentlich, ist eigentlich gefährlicher, weil es ganz, ganz viele überzeugt hat, das zu machen. Aber jetzt die Gefährlichkeit vom Islam herbeizureden, die Gefahr sind die Islamisten. Das ist das Gefährliche. Ich glaube nicht, dass die Islamisten gute Argumente haben. Aber die haben sicherlich ein Terrorpotenzial, das man nicht unterschätzen muss. Vor allem, weil die eben das glauben. Ich denke mal, im Großteil der islamischen Geschichte haben die zwar gesagt, dass sie es glauben, aber letztendlich ging es um ganz normale Herrschaftsprinzipien. Und die hatten kein Problem, irgendeinen anderen Muslimen auf den Kopf zu hauen und sein Reich zu übernehmen und zu sagen, ich bin doch der eigentliche Abstammner. Das war, ich denke mal, wenn die das Osmanische Reich damals Österreich übernommen hätte, dann hätte es keinen großen Unterschied gemacht. Also die wären wahrscheinlich auch nicht schlimmer gewesen als die Habsburger. Realpolitisch gesehen. Jetzt diesen Widerspruch zwischen Christentum und Islam zu konstruieren, die, das ist für mich genauso scheiße. Also der Unterschied, der mir da vorkam, war, ich habe ja gelernt, dass man eben nicht davon ausgehen kann, einfach, dass alle Religionen so funktionieren oder so strukturiert sind oder organisiert wie das Christentum. Und allgemein war mein Eindruck immer, dass beim Christentum die unterschiedlichen Strömungen doch im Wesentlichen durch theologische Meinungsverschiedenheiten kommen. Das Übliche ist ja so, dass irgendeiner denkt sich eine neue Lehre aus oder es ergibt sich irgendein Streitpunkt, sagen wir mal, mit der Dreifaltigkeit oder mit der Transsubstantiation und dann gibt es halt unterschiedliche Seiten und weil man es ja nicht nachprüfen kann, beharren dann die einen auf ihrer Meinung und die anderen auf der anderen Meinung. So wie du es dargestellt hast, ging es ja jetzt hier eigentlich überhaupt nicht um theologische Freitigkeiten, sondern um politische Sachen. Was umgekehrt ja für den Islam, wenn das jetzt so wäre, wie ich mir das vorstelle, deuten würde, dass die sich eben auch recht gut wieder so eine Art islamische Ökumene hinkriegen würden, wenn die Unterschiede jetzt gar nicht am Koranverständnis liegen, sondern aus historischen Gründen sich ergeben haben. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das heilbar ist, denn die, ich muss nur noch eine Verbesserung anbringen, das wurde eben drauf drauf gemacht. Also Aisha war die jüngste Ehefrau von Mohammed, aber die hat dann eben hinterher noch einen anderen Mann gefunden, als er gestorben war. Auch das ist wieder eine dubiose Beziehung. Mal, ich meine, ist das historisch, ist die Frau historisch oder gibt es irgendeine Aisha, die dann gesagt hat, sie war die jüngste Ehefrau von Mohammed oder wurde das in einer Familie kolportiert, um eine Beziehung aufzumachen. Aber ich denke mal, diese alten Geschichten, die vergiften den innermuslimischen Dialog schon nachhaltig. Und zwar ist der vergifteter als der christlich-muslimische Dialog. Diese alte sunnitische Geschichte, die zurückgeht auf irgendeinen Hussein, der umgebracht worden ist oder ein Abkommender, der Abi Talib, der eigentlich die Nachfolge von Mohammed übernehmen sollte und nicht der andere, nicht der Abu Bakr, der dann, und zu diesen alten Geschichten, die völlig unhistorisch sind, die 200 Jahre später irgendwann mal aufgeschrieben worden sind, die spielen heute eine Rolle und sorgen dafür, dass Tausende von Leuten sterben, mit welchen Terroranschlägen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die vielleicht von Leuten abstammen, die gar nicht aus der Gegend sind und die Religion, diese Religion nur deswegen haben, weil irgendwann früher mal irgendein Herrscher die dazu gezwungen hat, das zu machen oder weil die irgendwo hineingeboren worden sind. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur, man kann nur sagen, das ist der Wahnsinn, dass die Leute aus ihrer Rolle dann nicht rauskommen, in diese zufällig hineingesetzt werden und die Schiiten und Sunniten, die eigentlich auch dieselben Koran haben, aus irgendwelchen Gründen, was mir nicht ganz klar ist, so geschichtlich gesehen, dass sie sich dann gegenseitig abschlachten, es ist der Wahnsinn. Das ist ja auch, wir sehen immer den islamistischen Terror als gegen den Westen, der ist ja eigentlich intern. Die hauen sich ja schon seit 1400 Jahren sich gegenseitig die Köpfe ein unten und aus Gründen, die völlig absurd sind und träumen von einer panarabischen Reich, so wie früher, aber wenn man früher anschaut, es gab nicht, es gab, wie lange gab es ein panarabisches Reich? 20 Jahre? 10 Jahre? Im 7. Jahrhundert? Und ab dann einer gegen den anderen? Das ist eine absolute Fiktion, die sie hinterherjagen. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Islam. Denn selbst wenn der Islam, was heißt, welcher Islam ist das denn jetzt? Über welchen Islam soll ich Angst haben? Soll ich Angst haben vor den Fadimiden oder den Gasvaniden oder nur vor den Salafiten? Es gibt so viele Strömungen. Und jetzt den Wahnsinn, den Euro-Islam zu installieren, ich weiß gar nicht, wo ich den hier im Diagramm unterbringen soll, den Euro-Islam. Ist das sophistisch? Das ist natürlich ein Gegenargument. Ja. Es ist so ein reformierter Kuschel-Islam, der jetzt noch erfunden wird und gelehrt wird, der versucht, das alles in eine Soße hineinzumischen und dann auch noch möglichst wohlfühlmäßig dann zu umbringen. So ein deutscher Islam. Ein Islam-Smoothie. Ja, ein Islam-Smoothie, wo das alles zusammen gemischt wird. Ja, grüner Smoothie wäre das dann. Mal abgesehen davon, dass wir im 19. und 18. Jahrhundert eben diese Radikalisierung hatten, die dann angefangen haben, quasi nochmal zurückzudrehen, das Rad. Das haben wir ja auch bei den Christen gesehen. Das im 19. Jahrhundert gab es ja diese radikalen Prediger, der Joseph Smith zum Beispiel, der die Mormonen entdeckt hat und dann die Zeugen Jehovas kommen ja auch aus der Ecke. Die sind ja auch nicht so alt, wie sie immer tun. Für mich war auch interessant, dass die diese Phase hatten, diese Rückbesinnung, nachdem die quasi an allen Fronten dann gegen den Westen nichts mehr zu bieten gab. Auf der einen Seite die einen, die gesagt haben, okay, Islam ist quasi, Mustafa Kemal hat gesagt, Islam ist einfach eine überholte Aberglaube, der auszurotten ist und deswegen, wer ist meistens verbohrt, hat das Kalifat abgeschafft, musst du dich überlegen. Und in Istanbul. Und andere dann gesagt haben, nee, nee, wir müssen das Wort wörtlicher befolgen, wir müssen es noch intensiver glauben, damit wir eben, weil es das Wahre ist und es steht ja auch da. Und dass diese Strömung dann als Gegenströmung zur Aufklärung und zum industriellen Zeitalter dann geprägt worden ist. Das ist halt eine interessante gesellschaftliche Parallelentwicklung gewesen, weswegen wir heute Ahmadiyya und Bahai haben, aber auch Wahhabiten und Salafiten. Also wir halten mal fest, man kann den Islam als wenig bedrohlich darstellen, ohne die Phrase zu benutzen, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Wir haben es getan heute. Ja, also ich denke mal, vielleicht gibt es ja noch ein paar Nachfolge und vielleicht muss ich einige Sachen, was wir noch richtigstellen, die ich hier sage, ich bin ja jetzt kein Historiker und so weiter, ich habe versucht, mir einen Überblick zu machen über den Islam. Es ist so, ich habe angefangen, angefangen eben, das auseinanderzutrücken, wie so ein großer Eintopf, habe ich mal versucht, alles nach Zutaten zu sortieren, nachdem das schon so lange gekocht hat. Eintopf Reverse Engineering. Genau, Eintopf Reverse Engineering habe ich gemacht und habe versucht, aus den Quellen dann herauszufinden, was jetzt der Islam ist und was ich gefunden habe, ist, dass da eben über 30 verschiedene Zutaten mehr oder weniger lang mitgekocht haben. Dicke Recipe. Guten Appetit. Sonst noch Anmerkungen hierzu? Wenn nicht, würde ich gerne mal eine kleine Pause einlegen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Okay. Vielen Dank.